Moin, mein Tüdi! Moin! Oh! Messe, oder? Seid bloß! Wollte Tüchen und Mossbaden, stau nicht sehtet. Fisch da ist so platt. Ein Lüttböden? Ja, dann kann ich ja so, dann kann ich ja so wegschnappeln, oder? Das ist moll. Wir wollen ja grillen, finde ich auch, ne? Wirf doch noch ein bisschen mit warten, oder wir wieder Warkfurt anführen. Warten? Später? Ja, ne? Ja, ja. Da tüfft man ab. Ja, da darf ich, wir wachen noch ein bisschen. Oh, ja, die töten ja. Bei uns ist töten ja töten, ne? Da dreiden die Kinder durch, da waren wir verrückt. Ja. Aber wo wir grillen wollen, kennst du dann das Sprechwort? Wenn du Teller nicht lächst, gibt mir einen Schickweh. Ich denke schon. Und? Da kommt ja auch Platt hinzu, aber das ist ja auch verkehrt, auch wie gesagt, ne? Sich bloß. Mhm. Die betrecken das ja alle da drauf, wenn du Teller nicht lächst, gibt das Mörden schlecht wehe. Ja. Aber das stimmt gar nicht. Wenn Mörder an uns seh, wenn du Teller nicht lächst, gibt das Schickmörden wehe. Ne? So hat der das gemeint. Sich bloß. Ja, da muss der Herr Schick nochmal ab. Ja. Ja. Ja.